So, und die Feste eines Stums. Hakt euch ein, nehmt euch in den Augen. Oh mein Gott, wir sind die nahen Herrlichkeit, wir sind mit Rittner und Pierschel, Pierschel, Pierschel! Wir sind die Zubreitung des 24. Kampel. Prost, dann ist der liebe Gott über der Neue und Herrlichkeit. Herzlich willkommen an das Kinderprinzentar Jonas I. und Zerstin I. Jetzt langsam wird es jetzt so stimmig wie im Fußballstadion. Und wir kommen zum Prinzentar der Neue und Herrlichkeit. Wir sind 2012, 2013 unter dem Motto 754 und Jubiläer. Hier ist Prinzessin Anne-Marie I. Und jetzt rockt die Halle. Da passt Dirk der Erste. Ja, ihr vier. Es ist soweit. Der Zug ist verbracht. Wie war das? Ja, meine Damen und Herren, es war eine super Sache, einmal oben auf der Kutsche zu stehen. Prinzessin war überhaupt nicht zu beruhigen. Aber ich habe euch ja versprochen, es wird schönes Wetter. Bei der Proklamation habe ich euch versprochen, Wir werden alles leben. Und mit so einer Begleitung, mit so einem Festverschuss und natürlich mit so einer Garde. Und Senatoren und wenn ich alles dazu gehöre, Zufleitung und so weiter, kann es nur ein schönes Prinzenspiel sein. Und es war bis jetzt ein tolles Prinzenspiel. Ich muss gestehen, ich war schon mal ein bisschen besser drauf. Aber es kommt schon vielleicht hier noch einmal in den Ansatz einer Träne. Das liegt auch daran, dass ich morgen auch dünken muss. Aber es war eine tolle Sache. Und liebe Gäste, ihr verliert mich nicht. Ich bin natürlich bei den Rosso-Jungs wieder im nächsten Jahr dabei. Diesmal im nächsten Jahr ohne Schrumpfhose. Aber wir sehen uns dann wieder. Und ich werde mit Prinzessin natürlich alles tun. Und ich werde mit Prinzessin natürlich auch mit Prinzessin natürliche ausprobieren. Und ich werde mit Prinzessin natürliche ausprobieren. Und ich werde mit Prinzessin natürliche ausprobieren.